Ah, Mr. Faldo hat uns hier zwei Paar Fünfs hintereinander gebaut. Es sieht so aus, als wenn das hier jetzt der Zeitpunkt wäre, den Score für heute zu spielen, weil man auf den anderen Löchern auch nicht immer Glück haben kann. Mr. Faldo hat hier wirklich seinen Humor gezeigt. 521 Meter mit Rückenwind. So, hier kannst du jetzt wirklich richtig aggressiv spielen. Selbst wenn du hier mit dem Driver in Trouble gerätst, ist es nicht so schlimm, weil du mit dem zweiten Schlag auf jeden Fall in die Nähe des Grüns kommst.